Hi Leute und willkommen zu einer zugegeben etwas verspäteten Folge, aber ich hatte in den letzten Monaten wirklich super viel um die Ohren und eine wunderschöne Zeit. Ich habe geheiratet und meine Frau hat auch tatsächlich ja gesagt. Zusätzlich habe ich ja mein kleines Mädchen gekriegt. Mein Sohn ist auch noch da und es war eine sehr schöne Zeit, aber da musste mein Kanal und meine Dörfer einfach ein bisschen leiden. Das ist einfach so, aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht tot zu kriegen. Ich komme wieder und jetzt bin ich wieder da. So und heute wollte ich euch mal zwei Kriegskämpfe von mir zeigen. Einmal Rathaus 9 und einmal Rathaus 10. Wobei der Rathaus 10 ist nicht unbedingt super aufgestellt gewesen. Eigentlich mehr ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. So und ohne große Umschweife steigen wir jetzt mal in die Kämpfe ein. Ja und hier haben wir dieses ich sag mal Rathaus 10er Dorf. Ihr seht von der DEV her nicht mal Max Drathaus 9 und die Helden sind eine Katastrophe, die Mauern sind eine Katastrophe und die Aufstellung des Dorfes ist auch äußerst fragwürdig. Und das hat es mir eigentlich relativ einfach gemacht das ganze zu planen. Und zwar habe ich einen Queen Walk dabei. Das zeige ich euch gleich. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, wenn man schon so viele Gebäude drumherum hat, was durchaus nervig sein kann. Hier hat er nur rechts oben und unten eine Kanone stehen, aber nichts was Luft abwehren kann. Das heißt also ich habe es relativ einfach gehabt die ganzen Bereiche aufzuräumen mit relativ wenig Truppen. Und mein Queen Walk habe ich angesetzt bei der gegnerischen Queen Level 10. Die kriegt in kürzester Zeit von meiner Queen, die mittlerweile gerade auf 31 ist, an die Mütze, wie ihr gleich sehen werdet. So wir steigen mal ein. So Truppen, hauptsächlich Walküren. Riesen habe ich in der Clamburg und Magier zum dahinter aufräumen. So wollen wir einfach mal loslegen. Wir sind jetzt gleich auf der rechten Seite. Einen Baby Drachen. Ganz wichtig, da wo ihr funneln wollt, den Baby Drachen nie verkehrt setzen. Das mache ich gleich einmal auch falsch. Dass der jetzt richtig schön nach rechts fliegt. Auf der anderen Seite, ich mache mal ganz kurz Pause, auf der anderen Seite hier habe ich zwei Lakaien gesetzt. Die räumen den ganzen Bereich hier rund um die Kanone komplett alleine auf. Nur diese beiden bescheuerten Lakaien. Und das ist natürlich eine Wertigkeit für eine Truppenkapazität von vier, die ist unbezahlbar. Und wieder ein Beispiel dafür, warum das Dorf einfach scheiße ist. So, jetzt gucken wir mal auf meine Queen. Die gegnerische Queen kriegt vier Schüsse ab. Buff, das war's. Nur ein Bogeyturm, wenn ich das richtig sehe. Level 9. Schießt noch drauf. Und der Baby Drachen macht ganz in Ruhe weiter seine Arbeit. Auf der rechten Seite. Die Queen macht jetzt das Segment, wo der Bogeyturm drin steht, gleich komplett leer. Dann fange ich an die Clamburg zu locken. In meinen beiden Schweinen, die laufen dann hier Richtung Luftabwehr. Meine Queen läuft genau dahin, wo ich es auch hinhaben wollte. Schön auf die linke Seite. Und wie ihr seht, die Baby Drache wird jetzt erst beschossen und hat den ganzen Bereich komplett aufgeräumt. Meine Schweine locken jetzt die Clamburg. Die Drache biegt noch mal kurz zum Baby Drachen ab, ist aber halb so wild. Jetzt setze ich gleich den Gift. Ein Wut für die Queen. Und für die Heiler natürlich, damit die ordentlich die Queen durchheilen. So, die Loons, die werden jetzt gleich allein von dem Gift schon fallen. So, und die Queen kann ganz munter weitermachen und gegnerische Death erledigen. Und jetzt auch noch den gegnerischen King. Ein Level 12 King kann meiner Queen auch nicht wirklich viel anhaben. So, und jetzt kann ich hier ganz entspannt reingehen. Ihr seht, auf Pause, der ganze rechte Bereich hier ist komplett von einem Baby Drachen aufgeräumt worden, inklusive dem Magier Turm. Und auf der anderen Seite ist der komplette Bereich hier auch aufgeräumt und das Ganze mit zwei Lakaien und einer fliegt da oben sogar noch rum und räumt noch weiter weg. So, und die Riesen gehen rein. Für die Mauerbrecher brauchte ich auch nicht besonders viel Platz, weil die Mauern einfach eine Katastrophe sind. Ich brauche nur zwei Mauerbrecher pro Mauer und das ist zu einfach. So, jetzt habe ich ordentlich den Bereich freigeräumt und meine Walküren laufen jetzt in die Mitte. So, was sollte man auch noch nicht machen? Zwei Infernos direkt nebeneinander stellen, ist eine ziemlich behämmerte Idee, weil die im Prinzip wertlos sind, wenn da ein Frost drauf geworfen wird. Mein Frost ist gerade mal Level 2, der läuft jetzt gerade erst auf 3. Aber es reicht locker, um die Walküren in die Mitte zu kriegen, den Wut drauf zu schmeißen, damit die den Bereich ratzfatz aufräumen, inklusive Rathaus, Klarenbogen und Exbogen. Und um meinen King noch lange genug zu schonen, dass die Infernos ihn nicht braten. So, ein paar Walküren springen noch gleich wieder raus, aber es sind auf jeden Fall genug in der Mitte, die da eben ratzfatz aufräumen. Und die beiden Single-Entfernos haben gegen die Masse am Walküren unter Wut keine Chance. So, meine Heiler haben ganze Arbeit geleistet, die werden jetzt auch so ganz allmählich platt. Aber es reicht. So, jetzt zünde ich den King. Und ihr seht, jetzt ist schon nicht mehr wirklich viel Dev da. Rechts rollen die Walküren noch auf. Meine Queen ist noch voll da, die kann ich noch zünden. Und außen ist wirklich nur noch eine Dev. Links habe ich noch einen Lakaien gesetzt, rechts noch einen Magier. Ich will mich mit diesem Angriff sicher nicht selbst beweihräuchern, das Dorf ist einfach eine Katastrophe. Wenn das ein Maxed-Out-Dorf ist, dann brauche ich erstmal mehr Mauerbrecher, weniger Truppen über. Dann brauche ich mit tödlicher Sicherheit schon einen Wut mehr für die Queen, allein um die gegnerische Queen auszuschalten. Und das macht mir die Sache dann extrem viel schwerer. Dann werden es vermutlich maximal zwei. Vor allen Dingen, wenn das Dorf besser aufgestellt ist, habe ich auch wahrscheinlich eher Probleme zu Funneln. Also das war ein klassisches Beispiel für, wie stelle ich mein Dorf am besten nicht auf. Weil das hat kaum eine Chance. Das hätte man auch mit anderen Truppen einreißen können. Ich habe es optischerweise gemacht. Fand ich ganz gut. War auch sehr erfolgreich. Insofern, naja, schauen wir mal weiter. So, dann gehen wir mal zum 9er Angriff über. Den fand ich eigentlich relativ gut. Den habe ich auch, glaube ich, ganz gut durchgeplant, obwohl ich nicht alles richtig gut gesetzt habe. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, auf dieses Dorf habe ich mich dann mit meinem 9er Account auch vorbereitet. Von der DEV her ist er schon ziemlich Max Rathaus 9. Die Helden sind jetzt nicht so berauschend. Die Morden sind jetzt auch noch nicht so weit. Aber immerhin ist die DEV schon nicht schlecht. Und insofern bin ich ganz froh, dass der Angriff so gut geklappt hat. Und hier im Prinzip das gleiche wie bei diesem Dorf eben. Hier unten auf 6 Uhr bei der Kanone ist nichts, was in irgendeiner Form Lufttruppen angreifen würde. Und das sieht einmal rund um das Dorf so aus. Und insofern hatte ich es relativ einfach zu Funneln. Und ich habe wieder eine meiner Lieblingsfunnel-Truppen mitgenommen, die Babydrachen. Und da gucken wir mal rein. So, ich hatte 4 Stück von denen mit. Einfach nur aus dem Grunde, falls einer oder zwei oder beide, wäre natürlich der schlimmste Fall, in eine suchende Luftmenie fliegen. Was dem einen passiert ist, weil ich ihn bescheuert gesetzt habe. Dann habe ich noch welche in der Hinterhand und gesetzt den Fall die Funneln ordentlich ohne. Kann ich sie hinterher noch setzen, wie in diesem Fall. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wie ihr seht, Dorf ist Max-Dev. Aber wenn Dorf scheiße aufgebaut ist, brauchen wir noch keine Max-Truppen dafür. Level 3 Golem, Level 3 Valkyren. Die habe ich leider noch nicht weitergekriegt. Dann schauen wir uns mal, wie das funktioniert hat. So, ich setze jetzt links und unten einen Babydrachen. Der Babydrache auf der linken Seite wollte ich eigentlich nach oben setzen, dass der hinterher zum Elixier-Tank fliegt. Nach Möglichkeit ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Weil jetzt fliegt er rein und löst hier eine Luftmine aus und ist gleich weg. Ist aber halb so wild, weil der Funnel nach innen ist auf jeden Fall da. Meine Truppen laufen in die Mitte und das war das, was ich immer haben wollte. Jetzt kommt die gegnerische Klamburg. Ich habe meine Golems da, die ablenken. Gift drauf. Dann habe ich meine Magier und meine Queen, die mich da unterstützen. Sprung in die Mitte hätte ich gar nicht gebraucht. Also ich hätte den Sprung ein bisschen weiter reinsetzen können zur Sicherheit. Aber so klappt das ja auch. So, jetzt kommen meine Valkyren. Und das Schöne ist, meine Truppen die splitten sich gleich immer noch ein bisschen. Die Bowler und die Queen laufen links rum. Valkyren und Golems laufen rechts rum. So, da setze ich jetzt auch noch einen Heil. Die Valkyren kümmern sich dann gleich um den gegnerischen King. Die Golems werden noch einmal ein bisschen durchgeheilt. Die Queen kann ich auch noch zünden. Und habe immer noch zwei Magier. Einen Babydrachen und einen Lakaien in der Hinterhand. Einen Babydrachen habe ich jetzt nochmal auf der linken Seite gesetzt gehabt. Damit er da alles wegräumt, weil da nichts mehr ist, was Luft angreift. Auf der rechten Seite ist der Babydrache vom Anfang immer noch dabei aufzuräumen. Und ihr seht, da ist kaum noch was an Dev über. Und alleine die Babydrachen wird schon reichen, um das Ganze jetzt aufzuräumen würde ich sagen. So, den letzten Magier setze ich gleich auch noch. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. So, einmal ordentlich durchgeplant. Das Dorf ist nicht besonders gut gewesen. Aber immerhin mit meinen Trupps bin ich da auf jeden Fall sehr mit zufrieden. Und mal eine andere Taktik ausprobiert. Und es hat hervorragend funktioniert. Vielleicht auch mal was für euch. Je nach Dorf. Mal ausprobieren. Gut. Dann mal zurück ins Heimatdorf. So, abschließend bleibt mir zu sagen, dass der größte Stress jetzt vorbei ist. Natürlich habe ich immer noch meine Familie und die Kinder fordern natürlich auch ordentlich. Und deswegen wird es bei mir mit Sicherheit keine tägliche Einrichtung sein, dass neue Videos kommen. Aber ich hoffe, euch gefällt trotzdem, was ich hier so verzapfe. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass immer mal wieder welche da sein werden. Und ich denke auch in einem deutlich kürzeren Abstand in nächster Zeit. Okay. Also bis dann. Ciao, ciao.